Wir haben dieses Jahr dabei 32 Zylinder, 1.900 PS, verteilt auf vier Autos, die hier gleich die Reifen klein machen. Und wir beginnen mit der Driftshow und ich frage mal nach Fröhlichstaffern, habt ihr Bock? Der erste im Bunde BMW E46 M3 von Grimm Motorsport, aktuell einer von Europas besten Driftern, die es gibt. Einen Riesenapplaus bitte für Maxi Grimm! Lass uns hören, Grimmis haben wir! Du Sackgesicht! Maxi Grimm! Jetzt kommen wir zu einem absoluten Publikumsliebling. Er ist die Definition von Orgasmus. Sein Motto, fuck the plastic and griff the classic. 640 RS, Ralf Spaniel! orspiel! BMW E24M3! 540 10! Ralf 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 Das ist Sound, den man fühlen kann, oder? Natürlich darf bei uns im Team eine nicht fehlen. Was wäre unser Team ohne Mutti? Sie ist nach Fribyshaven gekommen, in einem frisch überarbeiteten, wunderschön lackierten Mercedes-Benz E500 V8. Sie gehört seit einem Jahrzehnt zu den besten weiblichen Driftern in Zentraleuropa. Einen Riesenapplaus bitte für Corinna Grefg! Ja, lasst was hören, wenn Sie hier Ihrem Vorach ordentlich in die Gedärme natscht. Sie ist aus dem Hause BMW unter der Motorhaube von einem Mercedes-Benz. Richtig gehört, BMW-Motor. Und wo sie ist, darf einer nicht fehlen. Elchefe, Alex und sein BMW E28. Er ist zweifacher Guinness-Buch-Weltrekordhalter, unter anderem der schnellste Drift der Welt. Einen Riesenapplaus bitte für Alex Grefg! Er ist dieses Jahr unterwegs in einem BMW E28-Outscener an diesem Wochenende. Auch da steckt ein 5 Liter V8 drin. Heilig-Blicklin, sein Motto, lasst was hören, für Alex! Jawoll! So parkt man ein im Hause Gräf. Ich habe es gesagt, wir sind ja nicht nur zu Shows unterwegs. Nein, wir fahren auch wettkampfmäßig in ganz Europa. Und wie es da abgeht, wollen wir euch in einer kleinen Demo zeigen. Das heißt Battle Drifts. Da geht es darum, so nah wie möglich an den Vordermann ranzufahren. Und wie das aussehen kann, das zeigen euch jetzt Ralf und Maxi. Bällschön, die Herren. Door-to-door-Action. Präsentiert vom Südaf Christi. Und jetzt zeigt euch natürlich auch das Ehepaar-Gräf, was es heißt, wenn bei denen das Motto aufgerufen wird. Lass Kommi verbrennen, Chérie! Lass Kommi! Lass Kommi! Alex und Corinna, Applaus! Ja, so sieht Vorspiel aus bei denen zwei. Also, wenn ihr fertig seid, Manege frei für die vier Boliden, die wir mitgebracht haben an dem Bodensee. Und wir lassen jetzt alle vier geil sein, die wir mitgebracht haben, die wir mitgebracht haben. Also, wenn ihr mitgebracht habt, die wir mitgebracht haben, die wir mitgebracht haben. Jungs! 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 Quater! Wir müssen hitzebedingt ein wenig abkühlen, Luft durch die Kühle fahren, denn wir haben über Nacht schon eine Kühle tauschen müssen und auch unser Team muss irgendwann machen. Aber wir haben noch, wir können noch. Und wenn die Temperatur wieder halbwegs grün ist, dann denke ich, dann nehmen die gleich Ausstellung. Denn wir haben noch was auf dem Programm. Wer von euch mag Donuts? Ich liebe Donuts. Kann man sehen? Mein Body Mass Index dementsprechend im Arsch. Was geht's hier ab? Kann den mal einer? Seid ihr noch? Ein Flitzer! Und jetzt, Friedrichsampfen, habt ihr Bock auf Gummi? Dann fünf, vier, drei, zwei, eins, Friedrichsampfen! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Und jetzt, wir können noch mal das Ding zu sehen! Ja, Mann! Das ist das nicht ganz schön! Nein, Mann! Alter, Anschlag, Alarm, Rodeo, Alex bitte, ich höre nix, Stimmung, das geht noch besser, wenn ihr wollt, wollt ihr, tu es, okay, der E28 hat sich gedacht, Kollege, ich bin bei Euer 85, ich habe jetzt Feierabend, danke Alex, Riesenapplaus für unseren Chef, aber trotzdem geil, das Geschoss und ich denke, wir haben noch drei Autos mit Gummi auf dem Platz, der nächste bitte Maxi Grimm, Burnout! Partei, los geht's! Maxi Grimm! Und natürlich hat auch unsere Lady noch Gummi auf der Achse, macht einen Riesenkrach für Corinna! Und ihre Mercedes, Brüttemberg Schönings! Applaus Ja, Corinna und ihr Benz! Nehmt nochmal ein Maß! Zum Finale, Friedrichsabend! Applaus So, bevor wir zum Höhepunkt kommen, nochmal der Hinweis, umso lauter ihr gleich ausrastet, umso mehr Gänge zieht ihr da hinten durch. Letztes Jahr haben wir ihn bis zum vierten Gang geschrieben, für den Vater. Also wenn ihr jetzt gleich alles gebt, gebt ihr da hinten auch alles. Mann ist es frei für Ralf Spanel! Pfeffer Verlangen! Ralf Pau rein! Applaus Friedrichsabend! Ab geht's! Applaus Abartig, Ralf Spaniel! Lass was herraten! Ralf Spaniel! Ralf Spaniel! Wartet! Achtung! Ralf Spaniel! Und noch mal ein riesen Applaus für das komplette Syrer-Griffdieben Friedrichsameln! Ralf Spaniel! Rock'n Roll!